In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man den parabolischen SAR-Indikator hier programmieren kann. Der produziert solche Punkte, die sich entweder unterhalb oder oberhalb der Kerzen bewegen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie man sowas mit MQL5 automatisieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im Metatrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Parabolik SAR-IA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der Untick-Funktion gelöscht werden und wir können auch die zwei Kommentarzeilen hier entfernen. Wir starten mit einem Include-Befehl für die Datei trade.mqh. Die ermöglicht uns, eine Instanz von Ctrade zu erstellen. Die nennen wir Trade und die wird später noch benötigt, um Positionen zu eröffnen. Innerhalb der Untick-Funktion berechnen wir jetzt den Ask-Preis und den Bit-Preis. Das macht die Funktion Symbol-Info-Double für das aktuelle Währungspaar. Wir nutzen Symbol-Ask, alles in Großbuchstaben, um den Ask-Preis zu berechnen. Den brauchen wir, wenn wir kaufen wollen. Und mit Symbol-Bit bekommen wir den Bit-Preis, den brauchen wir, wenn wir verkaufen. Zusätzlich nutze ich hier Normalize-Double und Unterstrich-Digits. Denn mit Unterstrich-Digits bekomme ich die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalpunkt. Und zwar für das aktuelle Währungspaar. Das kann unterschiedlich sein. Und ich möchte das gerne automatisiert berechnen lassen. Jetzt brauchen wir noch eine Signal-Variable. Die bekommt auch den Namensignal. Wir weisen hier noch keinen Text zu. Das machen wir später noch. Holen wir uns erst einmal mit MQL-Rates die Preisdaten für ein Preis-Array. MQL-Rates stellt diese ganzen Preis-Informationen für jede Kerze bereit. Mit Array-Set-A-Series wird unser Preis-Array zunächst von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Danach nutzen wir Copy-Rates für das aktuelle Währungspaar und die aktuelle Zeiteinheit. Die man übrigens auch mit Unterstrich schreiben könnte. Denn das hier oben ist dasselbe wie das hier. Und das gilt auch für die Periode auf dem Chart. Mit Copy-Rates holen wir uns von der aktuellen Kerze an für drei Kerzen die Preisdaten und speichern sie in unserem Preis-Array. Jetzt brauchen wir noch ein Array. Diesmal für den SAR-Indikator. Wir definieren jetzt mit Hilfe der eingebauten Funktion ISAR für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Schauen wir uns doch mal an, was diese beiden Parameter hier bedeuten. Dazu klicken wir auf Einfügen, Indikatoren, Tendenz, Parabolik SAR. Und dann sehen wir hier einen Schrittwert von 0,02 und einen Maximumwert von 0,2. Bestätigen wir den mal. Dann wird der Indikator hier auf dem Chart angezeigt. Klicken wir die rechte Maustaste. Wählen Vorlagen und Vorlage speichern. Dann können wir diese Ansicht jetzt unter dem Namen Tester.tpl speichern. Denn das ist die Schablone, die vom Backtest genutzt wird. Also bitte speichern Sie das ab. Der aktuelle Wert kann überschrieben werden. Wenn Sie das nicht tun, dann sehen Sie eventuell nach dem letzten Update im Backtest sonst den Indikator nicht. Wir wissen jetzt, dass dieser Parameter für die Schrittweite und dieser hier für den Maximalwert steht. Diese Werte übernehmen wir und sortieren unser Array von der aktuellen Kerze an abwärts, indem wir Array Set As Serious verwenden. Jetzt können wir mittels Copy Buffer anhand der SAR-Definition, die wir hier oben getroffen haben, für das Buffer 0, das sind diese Punkte hier, beginnend von Kerze 0 für drei Kerzen die Werte in unserem SAR-Array speichern. Denn das ermöglicht uns, den Wert für die letzte Kerze zu ermitteln, indem wir uns den Wert aus Kerze 1 von unserem Array holen. Der wird hier mit Normalized Double und dieser 5 noch so formatiert, dass wir 5 Nachkommastellen erhalten. Und wenn der Wert kleiner ist als der niedrigste Preis von Kerze 1 in unserem Preis-Array, mit anderen Worten, der Punkt befindet sich unterhalb der Kerze, dann haben wir ein Kaufsignal und weisen den Wert bei unserer Signal-Variable zu. Im anderen Fall, wenn der Wert größer ist als der höchste Punkt von Kerze 1 in unserem Preis-Array, dann hätten wir ein Verkaufsignal und dann weisen wir den Begriff Sell unserer Signal-Variable zu. Wenn unser Signal also auf Verkaufen steht und die Funktion PositionsTotal kleiner ist als 1, mit anderen Worten, wir haben keine geöffnete Position, dann nutzen wir Trade.Sell und verkaufen 10 Microlot. Im anderen Fall, wenn das Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben, dann nutzen wir Trade.Buy und kaufen 10 Microlot. Zum Schluss nutzen wir noch den Command-Befehl, um eine Chart-Ausgabe zu produzieren. Da soll stehen, das Signal ist, gefolgt von dem ermittelten Signal. Soweit so gut. Wenn Sie nicht wissen, was der ganze Code hier macht oder wenn Ihnen das vielleicht zu schnell ging, dann möchten Sie sich vielleicht die anderen Grundlagen-Videos aus dieser Serie anschauen oder vielleicht sind Sie ein Kandidat für den Premium-Kurs. Aber falls alles soweit geklappt hat, dann können Sie hier oben auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das sollte hier unten ohne Fehler funktionieren und wenn das in Ihrem Fall auch so ist, dann klicken Sie bitte hier oben oder drücken Sie die F4-Taste, um in den Metatrader zurückzukehren. Und im Metatrader klicken Sie bitte auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombinationen STRG und R. Hier wählen wir jetzt die Datei Simpler Parabolic SAR EA aus, markieren die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und so sieht das Ganze dann im laufenden Betrieb aus. Die Punkte sind unterhalb der Kerzen, deswegen haben wir hier bereits unsere erste Kaufposition. und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den Parabolic SAR Indikator ein MQL5 Programm schreiben können, das in der Lage ist, die Signale nicht nur zu produzieren, sondern auch automatisch zu handeln. und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. whout bis zum nächsten Mal? Vielen Dank.